Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir haben uns heute Fynn Schütz von den Waspohr-Spielern eingeladen. Der will heute mal ein bisschen gucken, was wir als Rettungsschwör machen. Mal gucken, wie er sich so schlägt. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt ein bisschen warm. Also du, ich stehe draußen, schwimmst zwei, drei Bahnen. Dann gucken wir mal und dann fangen wir langsam an. Ja, super, jetzt bist du warm. Jetzt darfst du dir aus den Klamotten was ausüben, was dir passt. Ich gehe von außen um die größte Größe. Und dann schwimmen wir zwölf Bahnen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sehr mich diese Klamotten hier zurückfallen lassen werden. Also das ist auf jeden Fall schon ordentlich Montur, die ich hier anhabe. Und ich hoffe mal, das wird einigermaßen gut heute. Auf jeden Fall deutlich anstrengender, als ich mir das vorgestellt hätte. Ich gerade hätte auch gedacht, dass ich mich, egal wie, aus jedem Gewässer befreien könnte. Aber mit solchen Klamotten ist es auf jeden Fall schwieriger, als ich dachte. Ja, wir machen jetzt hier im großen Becken das kombinierte Übung mit der Puppe. Und dann schauen wir mal, wie du dich da so schlägst. Das Wasser, den Würgegriff und den Befreien daraus ist auf jeden Fall koordinativ, wenn man es noch nicht gemacht hat. Das ist anspruchsvoll und von daher bin ich froh, dass es geklappt hat. Er hat sich sehr gut gemacht. Also für die Disziplinen, die wir gemacht haben, sind wir sehr zufrieden. Das hat er sehr gut gemacht. Auch in einer ordentlichen Geschwindigkeit. Also Klamotten schwimmen war zwar kaputt, aber er hat das doch durchaus in einer adäquaten Zeit gemacht, sag ich mal. Also es waren doch sehr begeistert. Dafür, dass er es noch nie gemacht hat vorher, ist das sehr gut gewesen. Das war so als realistische Übungssituation auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung und auch deutlich anstrengender, als ich es erwartet hätte. Also wenn man trainierter ist, Schwimmer ist, sieht man doch schon den Unterschied. Man hat es in dem Schwimmen gesehen, dass er, sag ich mal, mit Klamotten schwimmen deutlich in der Geschwindigkeit relativ gut war. Ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach wenig Wissen darüber haben und auch immer weniger Leute überhaupt schwimmen lernen. Und von daher finde ich gerade die Ausbildung zum Rettungsschwimmer unabdingbar für die Gesellschaft. bis zum Rettungsschwimmer ein bisschen. Also habe ich einen Rettungsschwimmer so etwas zu immer.